Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in welchem ein paar Aufgaben vorgerechnet werden. Die Aufgaben und auch das Video stammen von einer Veranstaltung, einer linearen Algebraveranstaltung, die ich im Sommersemester 2020 gehalten habe. Ganz grob sind die Themen hier Berechnung von Eigenwerten und Eigenvektoren und Zuordnung der Begriffe hermitisch, unitär und normal. Ihr seht also, es geht hauptsächlich um quadratische Matrizen. Das Video besteht nun aus zwei Teilen. Zuerst stelle ich die Aufgaben kurz vor, erkläre in den Hintergrund und wie man vielleicht vorgeht. Im besten Falle pausiert ihr danach und versucht die Aufgaben selbst zu lösen. Und danach könnt ihr euch das Lösungsvideo anschauen. Herzlich willkommen zurück zur Linienalgebra 2. Das hier ist das zweite Übungsblatt und das werdet ihr in der ersten Maiwoche in den Übungen besprechen. Und ich werde jetzt mal wieder kurz eine Einführung dieses Blatt geben. Aufgabe 1 ist so eine Standardaufgabe. Es geht darum, die Eigenwerte und die Eigenvektoren einer quadratischen Matrix zu bestimmen. Und genau dieses Standardverfahren könnt ihr dann mal an dieser Matrix A üben. Also ihr müsst rechnen üben. Ihr könnt es auch an der Matrix B üben. Aber vielleicht denkt ihr da auch ein bisschen nach, ob es vielleicht eine einfache Methode gibt, die Eigenvektoren zu bestimmen. Wenn ihr keine findet, dann bitte auch ganz normal rechnen. Aufgabe 2 ist dann auch sehr Standard. Es geht darum, die Begriffe zu lernen, die ihr in der Vorlesung kennengelernt habt. Und das ist einmal der Begriff hermitisch, auch schief hermitisch, unitär und normal. Und hier haben wir ein paar Matrizen und ihr sollt einfach sagen, zu welchen Matrizen die Begriffe passen. Und wenn ihr das dann alles geschafft habt, dann wagt euch an Aufgabe 3. Das ist wahrscheinlich die schwierigste Aufgabe, aber auch eine sehr schöne, denn es ist ein Beweis. Und ihr solltet euch auf jeden Fall an diesem Beweis probieren, denn er ist nicht so schwer, wie er vielleicht aussieht. Also es geht hier um eine quadratische Matrix. Und ihr bildet eine neue quadratische Matrix durch die Konstruktion A Stern A. Und dann geht es um die Eigenwerte dieser neuen Matrix. Und ihr sollt zeigen, dass alle Eigenwerte nicht negativ sind. Ja, also positiv oder die 0. Ja, und wenn ihr den Beweis im Skript anschaut, vom Satz 624, dann könnt ihr euch sehr gerne daran orientieren. Es wird sehr ähnlich laufen von den Argumenten. Willkommen zurück zur Linie an Algebra 2. Und wie versprochen gibt es jetzt hier das Lösungsvideo zum zweiten Übungsblatt, was ihr in der letzten Woche in den Übungen besprochen habt. Und wir fangen direkt an hier mit Aufgabe 1. Und ihr seht, das ist die Standardaufgabe. Wir berechnen Eigenwerte und Eigenvektoren. Die Matrix A habe ich jetzt mal von links kopiert. Und von der wollen wir die Eigenwerte ausrechnen. Und dazu müssen wir erstmal das charakteristische Polynom von A bestimmen. Das heißt, wir müssen eine Determinante ausrechnen. Aber nicht die von A, sondern die von A minus Lambda I. Das bedeutet, hier auf der Diagonalen steht jeweils noch Minus Lambda. Ja, und von der Matrix berechnen wir nun die Determinante. Das ist, was wir das charakteristische Polynom der Matrix A nennen. Und meistens abgekürzt mit diesem Chi. Und die Variable ist nun mal Lambda. Gut, das ist jetzt eine Dreiecksmatrix. Das heißt, die Determinante ist sehr einfach zu berechnen. Es ist einfach, ja, das Produkt der Diagonalen. Das heißt nun aber auch, dass wir die Nullstellen direkt ablesen können. Und die Eigenwerte sind nun mal genau die Nullstellen des charakteristischen Polynoms. Also wir können jetzt feststellen, die Eigenwerte sind einmal Lambda 1 gleich 1 und Lambda 2 gleich Pi und Lambda 3 gleich E. Nun, im zweiten Schritt wollen wir die Eigenvektoren ausrechnen. Das bedeutet, wir berechnen die Kerne der jeweiligen Matrix, wenn wir jeweils einen Eigenwert einsetzen. Zum Beispiel für Lambda 1 würden wir ausrechnen den Kern von A minus Lambda 1 I. Was bedeutet, der Kern der Matrix werden wir hier 1 einsetzen. Das heißt nun, außerhalb der Diagonalen ändert sich überhaupt nichts. Und auf der Diagonalen ziehen wir nun mal einfach 1 ab. Das heißt, hier steht die Null, hier steht Pi minus 1 und hier steht E minus 1. Ab dieser Stelle muss man also nur noch den Kern einer gewöhnlichen 3-Kurz-3-Matrix bestimmen. Und das haben wir ja schon oft gemacht. Von daher reicht hier vielleicht schnell das Ergebnis. Man findet einen Vektor, der diesen eindimensionalen Lösungsraum aufspannt. Von daher schreiben wir es als Spann von diesem einen Vektor und den kann man leicht ablesen. Das ist 1, 0, 0 im einfachsten Fall. Das können wir jetzt auch noch als Schlusssatz aufschreiben, indem wir sagen, alle Eigenvektoren zu dem gewählten Eigenwert Lambda 1 gleich 1 sind gegeben durch die Menge Spann von diesem einen gewählten Eigenvektor. Aber wir müssen die Null herausnehmen, also den Nullvektor. Der ist nämlich nie ein Eigenvektor, liegt aber immer in dem Spann. Das funktioniert nun natürlich genauso mit den anderen Eigenwerten hier. Von daher können wir das auch nochmal schnell hinschreiben. Wir berechnen nun im nächsten Schritt den Kern von A minus Lambda 2i. Das heißt, nun setzen wir Pi in die Matrix ein für Lambda. Natürlich ändert sich auch hier nur etwas auf der Diagonalen. Hier haben wir also 1 minus Pi stehen. Hier fällt es genau weg. Da steht die Null. Und hier steht nun E minus Pi. Dann wird wieder das Gleichungssystem gelöst. Die Rechnung schreibe ich jetzt nicht auf. Ich habe direkt die Lösung notiert. Man kann es wieder als Spann von einem Vektor aufschreiben. Und den einen Vektor könnte man zum Beispiel in der ersten Komponente als minus 1 durch 1 minus Pi wählen. Damit das hier genau auf minus 1 fällt und mit der plus 1 nicht weghebt. Das wäre eine Möglichkeit. Auch dann gehört wieder dieser Schlusssatz dazu. Und dann gehen wir weiter zum nächsten Eigenwert. Zur Erinnerung habe ich die Eigenwerte nochmal links hingeschrieben. Es geht also um Lambda 3 gleich E. Was bedeutet, wir berechnen nun den Kern, wobei wir E auf der Diagonalen abziehen. Also hier steht dann 1 minus E und außerhalb der Diagonalen bleibt sowieso alles wie gehabt. Also auch da kann ich nochmal die Zahlen kopieren. Ja und hier haben wir nun wirklich Pi minus E und hier E minus E. Also hier steht die Null. Den Lösungsraum müssen wir wieder bestimmen. Wir finden, dass er eindimensional ist und wir finden, dass er zum Beispiel aufgespannt wird von dem einfachen Vektor 0, 0, 1. Gut und um das nun ordentlich abzuschließen, schreibe ich natürlich nochmal diese zwei Schlusssätze auf. Für den zweiten Eigenwert Lambda 2 gleich Pi hatten wir den Spann von diesem Vektor als den Eigenraum. Und zur Beschreibung aller Eigenvektoren nehmen wir nochmal den Nullvektor heraus. Und das gleiche für Lambda 3 gleich E. Dort schreiben wir wieder den Spann auf und nehmen den Nullvektor heraus. Ja und damit haben wir alles getan, was wir für die Matrix A tun sollten. Wir haben die Eigenwerte berechnet und alle Eigenvektoren, die möglich sind, aufgeschrieben. So und dann können wir nun zur Matrix B übergehen. Bei der Vorstellung der Aufgaben hatte ich ja schon mal gesagt. Bei der Matrix B bitte nicht einfach nur losrechnen, sondern vielleicht erstmal nachdenken. Ja die Matrix hat ja eine sehr besondere Form. Die Matrix B hat überall die gleichen Einträge. Das heißt man sollte vielleicht ablesen können, welche Eigenvektoren überhaupt möglich sind. Und dafür vielleicht nochmal zur Erinnerung. Die Eigenwertgleichung heißt Bx gleich Lambda x. Und dann, wenn x nicht der Nullvektor ist, nennen wir x den Eigenvektor. Und Lambda den zugehörigen Eigenwert. Dann schauen wir doch mal, was die Gleichung nun für die Matrix B aussagt. Bx heißt, wir wenden einen 3-komponentigen Vektor auf der rechten Seite von B an. Und dann müssen wir nur noch multiplizieren. Gut, aber das ist x1 mal i, x2 mal i, x3 mal i. Das also was herauskommt für die erste Komponente. Und natürlich kommt exakt das gleiche heraus, wenn wir das für die zweite und dritte Komponente ausrechnen. Das bedeutet, was hier steht, ist nun ein Vektor, der zum Beispiel die Form haben könnte 2, 2, 2. Oder auch einfacher 1, 1, 1. Aber er braucht auf jeden Fall die gleiche Zahl in jeder Komponente. Also auch 0, 0, 0 wäre möglich. Aber ansonsten gibt es nur eine Skalierung von einem von diesen Vektoren. Und wir wissen schon, für Eigenvektoren macht die Skalierung nichts aus. Weil es ist sowieso der ganze Spann. Oder auf die Gleichung bezogen, wenn wir nochmal x durchskalieren, ändert sich nichts an der Gleichung. Für uns heißt das nun, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Auf der einen Seite könnten wir einen Eigenvektor von der Form wählen, also Skaliert. Oder im besten Fall einfach 1, 1, 1. Dann ist die Gleichung erfüllt. Wir wissen nur den Eigenwert noch nicht. Oder die rechte Seite ist 0, 0, 0. Ja, dann wissen wir den Eigenvektor noch nicht. Aber wir wissen den Eigenwert schon, denn es muss 0 als Eigenwert sein. Das können wir jetzt zusammen mal aufschreiben. Also die erste Möglichkeit ist, wir wissen unseren Eigenvektor. Und der Eigenvektor ist jetzt gewählt als die einfachste Möglichkeit, einfach 1, 1, 1. Und dann schauen wir mal, was passiert. Wenn wir nun hier oben 1, 1, 1 einsetzen, dann steht da natürlich i plus i plus i. Also 3i in der ersten Komponente und dementsprechend auch in allen anderen. Okay, das können wir nach draußen ziehen und dann finden wir hier wieder unseren Eigenvektor selbst. So wie wir es wollen. Und dann steht hier die Eigenwertgleichung und da steht unser Eigenwert. Für unsere zweite Möglichkeit haben wir ja schon gesagt. Das ist der Eigenwert 0. Also was wir berechnen müssen, ist nun der Kern der Matrix B minus Lambda i. Aber das ist einfach nur der Kern von B selbst. So, das heißt, was ihr jetzt machen müsst, ist den Kern der Matrix, die nur die Einträge i hat, auszurechnen. So, okay. Den Gauss-Algorithmus könnt ihr. Zwei Zahlen werden schon wegfallen. Also es wird nur ein Pivot-Element geben. Also zwei freie Variablen. Dementsprechend kann man den Kern als Spann von zwei lineal unabhängigen Vektoren aufschreiben. Und die kann man entsprechend wählen. Im einfachsten Fall vielleicht minus 1, 1, 0 und minus 1, 0, 1. So, zum Abschluss dazu natürlich nochmal die Schlusssätze. Wir können also erstmal aufschreiben, die Eigenwerte der Matrix B lauten, ja und ihr wisst, wie sie lauten. Wir haben sie gerade genannt. Lambda 1 gleich 3i und Lambda 2 gleich 0. Und die Eigenvektoren zum ersten Eigenwert, Lambda 1 gleich 3i, haben wir ja bestimmt. Das war der Spann von diesem einfachen Vektor 1, 1, 1. Aber die 0 nehmen wir nochmal heraus. Und für den Null-Eigenwert hatten wir einen zweidimensionalen Eigenraum. Also haben wir hier auch wieder den gleichen Spann stehen und nehmen auch nur wieder den Null-Vektor heraus. Gut, das war alles zu Aufgabe 1. Ich hoffe, ihr wisst nun, wie man Eigenwerte und Eigenvektoren von Matrizen berechnet. Und dann gehen wir nun weiter zu Aufgabe 2, die sich ja mit den Begriffen für Matrizen beschäftigt. Die Begriffe, die wir haben, sind einmal hermitisch und schiefhermitisch, unitär und normal. Da die Begriffe alle etwas mit der adiogierten Matrix zu tun haben, würde ich vorschlagen, dass wir einfach mal die adiogierte Matrix jeweils ausrechnen. Ja, also die bezeichnen wir mit Stern, also in dem Fall A-Stern. Und das bedeutet, wir transponieren die Matrix und komplex konjugieren alle Einträge in der Matrix. Für die Matrix A heißt das also, die Diagonale bleibt bis erst. Und hier würden wir die Einträge einfach nur tauschen. Also hier steht dann eine 8 und hier eine minus 3. Komplex konjugieren tun wir auch, aber es sind halt reelle Zahlen, also ändert sich dort nichts. Hier stehen nun alle adiogierten Matrizen und wir wissen, dass hermitisch bedeutet, dass die adiogierte gleich der ursprünglichen Matrix ist. Oder in kurz A müsste A-Stern sein. Und das heißt eintagsweise gleich. Und wir sehen, das ist nicht der Fall für A, das ist auch nicht der Fall für B, es ist auch nicht der Fall für C. Ja, erkennt man direkt in der Mitte. I ist nicht minus I. Und auch nicht für D. Also keine der Matrizen ist hermitisch. Dann gehen wir mal zu schief hermitisch. Wir wissen, dass es so ähnlich aussieht. Wir können nämlich A-Stern ausrechnen. Und da soll ungefähr wieder A rauskommen, aber mit Vorzeichenwechsel. Also A-Stern soll minus A sein und wir sehen direkt, für A ist das nicht erfüllt. Wir sehen auch, dass es für B nicht erfüllt ist. Wir haben hier zwar einen Vorzeichenwechsel, aber hier haben wir keinen. Und für C gilt es auch nicht, aber wir sehen, dass es für D exakt passt. Da kommt minus D raus, wenn wir D-Stern ausrechnen. Für die Begriffe Unitär und Normal müssen wir jetzt das Produkt A-Stern-A ausrechnen, beziehungsweise das Produkt A-A-Stern. Also das muss man einfach ausrechnen. Und genauso so. Und nun wissen wir, wenn die gleich sind, dann heißt es Normal. Und wenn A-Stern-A die Identität ist, dann heißt es Unitär. Und dann ist es tatsächlich auch Normal, weil dann können wir auch in der anderen Richtung rechnen. Das heißt, hier bleibt uns nichts anderes übrig, als die Rechnungen mal durchzuführen. Und jetzt schreibe ich das einfach mal auf. So, die Produkte stehen nun alle hier. Wir sehen, A-Stern-A ist weder die Identität, noch ist es gleich der anderen Reihenfolge. Also hier haben wir wirklich Ungleich. Und damit ist es nicht normal. Bei B-Stern-B sehen wir aber, es ist die Identität. Also hier steht wirklich I. Und damit ist es Unitär und auch Normal. Und bei C-Stern-C sehen wir, das kommt heraus. Und bei C-C-Stern sehen wir, das Gleiche kommt heraus. Das heißt, es ist nicht die Identität an der rechten Seite, also nicht Unitär, aber zumindest Normal. Wohlgemerkt, D habe ich nicht ausgerechnet, weil wir wissen ja schon, dass D schief hermitig ist. Und damit ist es auch Normal. Das passt also hier dazu. Wir haben B-C-D als die normalen Matrizen. Die einzige Frage, die vielleicht noch übrig bleibt, ist, ist D nicht vielleicht sogar Unitär? Und das können wir direkt ausrechnen. Wir rechnen D-Stern-D aus. Wir brauchen gar nicht alles auszurechnen. Wir können eine Komponente ausrechnen und sehen schon, nee, das wird nicht die Identität werden. Und damit ist es nicht Unitär. Gut, ich würde sagen, das reicht für Aufgabe 2. Das ist eine Aufgabe, wo die Lösung nicht so viel bringt. Da muss man halt selbst rechnen. Und man muss auch selbst die Begriffe nochmal nachschlagen. Also bitte schaut im Skript nochmal, wie waren jetzt die Begriffe, die wir jetzt gerade untersucht haben, genau definiert. Ja, und dann lasst uns mal zur Aufgabe 3 gehen. Das ist eine sehr schöne Aufgabe. Hier geht es nämlich um einen Beweis. Also wir haben hier eine komplexwertige, quadratische Matrix vorliegen. Und nun schauen wir uns das Produkt A-A an. Die Behauptung ist nun, wenn wir uns einen Eigenwert von der Matrix A-A hernehmen, und da haben wir eine sehr schöne Bezeichnung, die wir das Spektrum nennen, also hier Spektrum von A-A, dort nehmen wir uns ein Lambda raus, das ist also ein Eigenwert. Dann soll daraus folgen, dass Lambda zwangsläufig nicht negativ ist, das heißt größer oder gleich 0. So, für den Beweis macht man nun folgendes. Man fängt hier an und will nach rechts gehen. So, also wählen wir uns ein Lambda aus dem Spektrum. Das bedeutet aber, es ist ein Eigenwert. Es gibt also auch einen Eigenvektor dazu, der nicht der Nullvektor ist. Dann gibt es also ein x in Cn ohne die Null mit der Eigenschaft und die Eigenwertgleichung kennt ihr nun schon zu Genüge. Matrix mal Vektor ist gleich Lambda mal Vektor. Und die Matrix, die wir uns anschauen, ist nun mal die Matrix, also A-A. A-A x ist also Lambda x. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was man damit überhaupt machen soll. Und ich würde sagen, wir schreiben es einfach nochmal hin und überlegen dann, wie wir das zusammenbringen können. Naja, wir haben ja A-Stern dort drin. Und A-Stern ist zwar die Transponierte und Komplex konjugiert, aber sie hat auch die Eigenschaft, wie sie sich im Skalarprodukt verhält. Und das können wir hier jetzt verwenden. Wir können sagen, na gut, wir wissen, das ist gleich. Das heißt, es ändert sich auch nichts, wenn wir auf beiden Seiten nun das Skalarprodukt mit x dazunehmen. Nun ist die Eigenschaft mit dem Skalarprodukt und dem Stern die folgende. Wenn wir die Matrix hier rüberziehen wollen, auf den anderen Eintrag, dann bekommt die einen Stern. Oder in dem Fall, Stern, Stern ist wieder A selbst. Das heißt, was da steht, ist einfach linke Seite A x. Das soll ein x sein. Und auf der rechten Seite auch ein A x. Da das aber nun der gleiche Eintrag ist, wissen wir, das ist eine Kurzschreibweise für die Norm von diesem Vektor zum Quadrat. Und weil das die Länge ist, zum Quadrat gemessen, wissen wir auch, dass das immer größer gleich 0 ist. Also dieses größer gleich 0 haben wir jetzt schon mal. Jetzt müssen wir nur noch das Lambda auf die linke Seite kriegen. Aber auf der linken Seite wissen wir, wir können das Lambda rausziehen. Das ist eine Eigenschaft des Skalarprodukts. Also steht hier Lambda mal und hier steht einfach nur xx im Skalarprodukt. Aber auch von dem wissen wir schon was. Es ist nämlich ein Vektor, der nicht 0 ist. Also wenn jetzt hier auch wieder unsere Norm zum Quadrat steht, dann wissen wir, die ist jetzt echt größer 0. Also nicht 0, sondern echt größer 0. Also können wir auch durch die dividieren und es ändert sich nichts auf der rechten Seite. Und das ist jetzt unsere Schlussfolgerung. Das Lambda steht immer noch links und auf der rechten Seite steht größer gleich 0. Ja und das war schon der ganze Beweis. Ihr seht, was eingehen musste, war, dass der Stern irgendwas mit dem Skalarprodukt zu tun hat. Und dass das Skalarprodukt mit dem gleichen Eintrag jeweils links und rechts eben gerade die Norm zum Quadrat ist. Und da kommt dieses Vorzeichen auch rein. Dort wissen wir, wir haben die Ungleichung größer gleich 0. Gut und das war es auch schon komplett mit diesem Übungsblatt. Ich hoffe, das hat etwas geholfen. Und ansonsten gilt, geht bitte in die kleinen Übungen. Nur dieses Lösungsvideo anschauen reicht natürlich nicht. Ihr müsst auch selbst rechnen und Lösungen vergleichen. Dann bis zum nächsten Mal.